Motor TV 22 Bauer bei mySport myStory. Das Pfingstwochenende am Red Bull Ring. Die BG Sport Promotion bietet ein richtig attraktives Rennwochenende am Red Bull Ring. Wir berichten von der Boss GP, von der B9, von den Sprintrennen und dem Endurance Rennen. Das ein Tiroler gewann Alois Rieder auf seinen Porsche 991 GT3 R. Mit Wolfgang Driller teilte er sich das Fahrzeug und sie fuhren ein richtig spannendes und beherztes Rennen. Leider Pech hatte Hermann Speck, der einen Reifenschaden hatte, wieder an die Box kommen musste und leider seine Führung verlor. Ein tolles Wochenende trotzdem für Hermann Speck, der dreimal am Podium stand bei den Sprintrennen und dem Endurance. Und wir berichten für euch auf www.tv22.tv mit mehreren Berichten für euch. Und die Boss GP war auch mit hier am Ring und war die Hauptattraktion. Das ehemalige Rennfahrzeug von Sebastian Vettel, der in Monza mit diesem Fahrzeug seinen ersten Sieg für Toro Rosse holte, wo Gerhard Berger sein Teamchef war. Und vieles mehr berichten wir von der Boss GP, die Formel 1 Fahrzeuge, die GP2 Fahrzeuge, die Indica Fahrzeuge. Und die einzige Dame im Feld, Bianca Steiner, unsere Formel 1 Expertin, die gemeinsam mit Ernst Hausleitner, Alexander Wutz, Robert Lechner immer die Talkrunde führt und wo es aus dem Mobil TV die tollsten Berichte für euch von der Formel 1 gibt. Ja, Bianca Steiner gab uns einen Einblick, Hintergrund und vieles mehr. Und sie war auch sehr erfolgreich hier am Start bei der GP2. Und wir berichten für euch hier diese Woche auf TV22. Und ihr habt die Möglichkeit unter www.tv22.tv euch dieses anzusehen. Und holt euch ein gratis Abo und seid immer mit dabei bei unseren Berichterstattungen und somit seid ihr hautnah am Geschehen auf TV22. Unter mysportmystory.com habt ihr die Möglichkeit euer kostenloses Profil anzulegen.